Hallo meine Freunde, hier ein kleines Diät-Update, das ich hier schnell mache. Wir sind am Donnerstag und heute hatte ich so die erste Krise am Morgen, also ich habe sicher 30 Minuten, irgendwie war ich so down, dass ich kurz davor war irgendetwas richtig deftiges Essen zu holen. Da habe ich gesagt nein. Wir haben gesagt, Priorität ist abnehmen. Das heißt, musst du halt warten, geht halt zu kosten ein bisschen auf der Arbeitszeit, aber da musst du jetzt durchholen. Ich habe mir dann aber erlaubt, zwei Teelöffel Joghurt zu essen. Nach zehn Minuten ging es mir schon drastisch besser. Momentan bin ich bei 95,5 Kilo. Ich habe also ein bisschen abgenommen. Jetzt geht es pro Tag nur noch ein bisschen zurück. Also es ist erschreckend, wie wenig Kalorien ich mit 38 noch brauche. Ich muss also erheblich runterfahren. Ich habe recht kleine Portionen am Mittag und am Abend. Ja und verzichte auf alles Alkohol, Süßigkeiten etc. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich muss da durchbeißen. Sonst kann ich ewig so fat bleiben. Das ist total ungesund. Ein BMI von fast 32. Das ist crazy. Ciao zusammen.